moin leute und willkommen zu einer weiteren folge minecraft humor okay wenn das jetzt dein job weg weg mal drauf ja hast du auch gottes laut hast du schön geschlafen gemacht und dann machst du endlich mit einem drachen weiter wenn ich ein level 1 drachen finde dann kannst du ja vielleicht suchen gehen jetzt da ist platin schommert ich gibt es zweimal dafür wirst du aufgesägt okay denn ich habe hier beim taumikon habe ich was ich habe weißes zeug komm doch du wirst jetzt so aufgesägt von mir kurz einmal weg machen so denn ich habe nämlich vor ich habe nämlich vor euch hier dieses flugs ding zu machen ich habe nämlich auch ein bisschen theorie hier gefarmt ich habe jetzt fünf theorie points und neun observation an der aromen sie ja und ich habe keine ahnung wie ich das video bekommen habe aber ich könnte mir jetzt so oder so machen denn ich habe herausgefunden hier ist ein video und ich kann es mal direkt ich kann es mal direkt machen so ich werfe das ding jetzt rein da ist nämlich ein dass das lila da rechts ist irgendwas null irgendwas also irgendwas null von zehn was für ein ding was ist das quantum suit body armor was zur hölle keine ahnung was es ist das macht 8 armor woher hast du das meine rüstung ich habe keine ahnung ja dann behalte ich das denn es sieht stylisch aus und geht das kaputten schau mal nicht meine sieht besser aus ja ich finde meine passt zur brille so ein bisschen schau dir mal das crafting rezept an crafting rezept quantum ne drück einfach er ich die riedium re in fonds plate woher zur hölle hast du das das nicht energie um das make great was zur hölle oh mein gott das ist ja okay ich hinterfrage aber mal nicht so also das ding werde ich jetzt hier rein dann die ganzen crystals dazu und jetzt krieg ich eine menge menge random crystals und da drunter sollte auch ein video größte sein an die das noch da drinnen hat irgendwie nicht nicht so größt jetzt machen das funktioniert so und jetzt noch ein paar quads silber ich jetzt bekommen da ist jetzt noch ein vizium drinnen ich kann mal schon mal werfen und jetzt ist da ich will ich will das vizium daraus haben wieso geht das nicht okay ja ich habe ich habe ja vizium so oder so aber dann lasse ich jetzt raus ok keine ahnung wieso es nicht ich hinterfragt man nicht so dann komplett jetzt das ding auch hinterfragen das habe ich nicht da brauche ich zwei random items mit zählischen fortune entscheidet und was machst du beim das muss man das umbenennen und schau grad in den einstellungen wegen p wie ich das so ändern kann mein drück einfach mal im inventar p ja ich weiß damit dann machst du irgendwie so ein ach ja genau dieses fable potion ich habe das bis heute nicht gecheckt keine ahnung ich will das ausschalten da kann ich dir nicht helfen aber ich finde nicht wo ich will das ausschalten genau dann habe ich dieses pale book ding da sind auch eine menge kristalle drin so rein da dann die ganzen quads silber rein und jetzt das ist übrig das geht schon mal nicht keine ahnung und dann pack ich kurz mal die ganzen kristalle weg weil wir brauchen ja verschiedenste kristalle für research und sonstiges das ist ganz gut dass wir das machen und dann habe ich noch dieses enchanted book mit ganz ganz vielen da ist auch dieses lila drauf äh fahre ich das da mal rein zack so fahre ich da wieder wasser rein ich mach grad ne menge magie ich hoffe das endet noch gut ok das klappt doch nicht mehr so jetzt habe ich wieder ne menge crystals auch ne menge pregantatio oder wie auch immer das habe ich jetzt auch ich hab ne idee geht's los was hast du für ne idee ne gute und was ist die gute ich suche mir einen drachen und töte den das klingt nach einer sehr guten idee ich bin feuerdrachen also muss ich einen feuerdrachen suchen so dann mache ich mir jetzt zwei von diesen blank lesser vogels brauche ich zehn auram für ob hier platin ja den drachen nenne ich dann spyro spyro ok ja ich brauche 40 davon perfekt so das sollte jetzt alles klappen ich mach's mal in ich hab irgend so ein turm gefunden wo so ein vorsten weg führt auram platin was hast du gemacht was soll ich gemacht haben da ist irgend so ein typ da ist ein dingsriss wo 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 auf diesem auf so einem turm ach so ja das das habe ich da gewollt das sind zwei fluxrisse ok das habe ich an sich so gewollt aber ich wusste nicht dass es bei einem turm ich wusste nicht dass es zwei sind ja keine ahnung ja das sind auch sicherlich glaube ich drei ich hab da dreimal was reingeworfen äh genau ich brauche jetzt eine orde piste wenn uns das irgendwann umbringt bist du schuld nein doch ne ne vello wer hat's denn gemacht mein papa was sind das für kürze lucky block lucky ach wie stimmt wir haben lucky block das müssen wir auch nur machen ich hab einen gefunden so vello jetzt nichts machen so das ist nämlich wertvoll das ist teuer fünf hiervon zehn hiervon zwanzig hiervon noch mehr lucky blocks perfekt ein blank glasser fokus und jetzt nochmal ist gut zuzugucken oder nervig zu lernen das ganze Zeugs aber ich hab eine nether star bekommen nether star nether star da staunst du schummelt sogar wie hast du ein nether star bekommen lucky block okay das ist krass den musst du dir aufsparen man kann damit echt krasse sachen machen und ich hab vier gold blöcke weil ich hab so ein käfig bekommen wo noch vier weitere lucky blöcke drin waren und ich hab ne heroes ex passt aber auf ne und jetzt heal die heroes ex hat sharpness 3 smite 5 pain of arthropods 1 efficient c1 unbreaking 1 fortune 2 perfekt this effect heals living creatures and harms undead ich mach mal ich mach mal touch am besten und dann heal da brauche ich ich mach mal healing auf maximal ein victus und ein aversio victus ich hab bello was machst du hallo du hast was hast du bello du hast den du hast den tisch kaputt gemacht dann muss ich das kurz einmal tom craft bello super gemacht jetzt schreibmaschine ah dann möchte ich das jetzt da brauche ich mich gar nicht zuhauen äh muss ich das kurz einmal noch suchen bello stress ich mit dir research table wie kriegt man den nochmal das muss ich jetzt suchen oh mein gott nicht in meinem haus bello bello nenn ihn bell bell ich hab nen lucky block in meinem haus ich werd den nicht abbauen der bleibt jetzt hier ich werd den nicht abbauen der das ist jetzt deko nö der bleibt jetzt hier äh wo kann man die lucky blocks mit distance schieben was kann man ob man lucky blocks mit distance schieben kann oh mein gott der hat's abgebaut ich hab nen haus gefunden trotzdem ist der tisch weg man oh mein gott und wie crafte ich den voll mich ich hab hier kein crafting rezept ah ich mach das n später ich hab nen villager haus gefunden nice da ist nen gold apfel dran eisen iridium schatz ich kann es nicht craften hä hä wie aversion und vectus hello ich kann nicht craften start crafting oder bräuche wies dafür wie viel haben wir gerade in der umgebung 320 und ich brauche das geht ja vielleicht wenn ich es weniger teuer mache wenn ich es auf 1 mache ich finde keinen und ich habe mich hier okay klappt das jetzt hilf mir ich finde keinen dragon ich kann dir auch nicht helfen wenn ich habe immer natürlich ich kann jetzt ich kann jetzt heilen glaube ich kann ich jetzt heilen glaube ich du ich habe bieten ich habe bieten ich habe bieten oh mein gott okay das ist gut wenn du plötzlich keine lucky blöcke mein haus nein keine ansonsten ist mein haus ziemlich schnell weg du bist du bist mein nachbar du bist mein nachbar sonst ist jetzt auf einmal ich habe feuer drachen gefunden nice das in viel okay dann mache ich mal hier vielleicht weiter aber alchemie oder das will ich gar nicht anfassen okay ein grappler sieht aber interessant aus das habe ich das habe ich das habe ich woher auch immer dass das habe ich das habe ich das habe ich und dann theory artifice habe ich davon nichts auch mal in theorie table stankt bello weg ich das nicht habe weil du hast einen hut weil du kann hüte tragen ja das wusste ich gar nicht das sieht aber hübsch aus oder was ist ja auch ein ganz hübscher das stimmt willst du dich gerade einschleimt bei bello nein ja 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 bist du gerade bei hinter das bello mich macht nein ja 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 overhe einfach mit einem vizium und potenziell wo sandy hat habe ich gar nicht das nichts mehr kann ich machen bestdessen frost was ist was jetzt meine ganzen server wurden gerade einfach gelöscht warum auch immer nicht so geil wie krieg ich gelung hier als ob ich das nicht habe welche farbe weißlich ich finde was ist das ist niedlich so einen kleinen und kein fliegerhut auf hast niedlich habe ich auch einen guten hut ich habe ich habe völlig langweiligen hüte nein du bist langweilig ich muss mal weiter auf hutjagd gehen oder so ich nehme mal den hier glaube ich habe einen drachen getötet aber meint habe ich nicht bello ist ein professor geworden der trägt gerade eine brille ich heile ich seit wann wann war bello an der schule auch gute frage bello testet jetzt ein paar wüte aus glaube ich okay bold und dann ich mach mal da habe ich break ich bin gerade dabei ich habe einen drachen getötet ich habe einen drachen getötet bello ist jetzt offiziell mein mein begleiter mein komm mal herr bello wir sind wir sind jetzt zusammen wenn du jetzt sehen wird wie wir aussehen wir sind richtig im partner look mit dem hut jetzt nicht so ganz aber hat irgendwas wichtiges gedroppt das irgendein monster auf das irgendein monster auf unserem grund dass irgendwas da ist lebendig kann man kann man mit ihr reden ich kann ja auch nicht hätten bist du ich glaube ich auch wenn meine kürt dass man meine kürt wo ist er er ist weg das ist das diamant ding ist weg ganz komisch okay ich glaube das dauert immer eine weile ich glaube ich muss sie mit dem schwert töten du komm mal her wir machen jetzt partner doch okay aber meine haare backen dadurch ist sie ganz besonders aus der schnauze packt auch durch also passt es jetzt geht es okay ich muss so perfekt ich nehme ich nehme irgendeinen guten hut der hier ist nicht allzu schlimm aber ich brauche bald neue hüte wo ich kann nicht gleich nicht kann ich gleich wegbauen das wird lustig dann werde ich voll ärgern oh mein gott das schwein ich habe das gut mit schwein gefunden ich habe 20.000 schwein in meinem haus mit ich hab kommst du bitte kurz da du kannst gar nicht nach hause oder ja dann komm mal kurz nach hause ich möchte ja mal mein haus zeigen nein ich kenne dein haus nein denn das da drinne meine ich ich würde sagen da ist bello guck dir einfach mal an was in meinem haus ist okay warum ist bei mir bello bei dir ist bello ist doch gut kann ich dir helfen vielleicht der hat einen pfeil im kopf auch gut wieso geht das nicht ich habe so ein riesen vieh gefunden das will mich glaube ich töten wieso geht das nicht ich habe doch alles man warum wo ist das problem wegen experience oder so irgendwie in der luft ach man ich wollte magie heute machen egal dann darf ich sein ich kann die weg brutzeln die viecher und ich habe ein vieh erledigt nice und ich erledige gerade die ganzen schweine die bello ins haus gepackt hat mit magie boah das ist geil aber ich brauche irgendwas stärkeres dieser zauber ist langweilig aber die ganzen die ganzen pork chops werden gleich angebraten oh gott bello hat noch mehr gespawnt als ich dachte draußen sind ja auch noch ganz viele aber ich habe ein paar neue hüte glaube ich gekommen wo das sieht geil aus mein kopf wenn du wüsstest was ich gefunden habe ich habe kopf und ich habe einen geilen hut ich habe das machen was es ist es ist es ist ein atom oder so ich habe noch irgendwas bekommen genau das hier bei mir sind feuerameisen ach sind die zufällig 30 mal so schnell wie du ja diesen wandel die kannst du auch mit der hand gehen diesen wandel ich mir bis nächstes mal wieder so ein alchemie tisch oder so sowas was was habe ich noch und den drachen eliminieren keinen viel warum bist du eigentlich bei mir leute kannst du tools und rüste machen wie geil ist das denn das brauche ich bei loki platin ich mach mal einfach wo ein lot aber das ist okay ich habe euch wie das hier für oh mein gott bello 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 kommen runter kommen runter ich halte ich das ist kein heil hier ich halte ich dass ich glaube das bringt nichts oder habe ich manchmal doch das gefühl bello seine tiefe verletzten herzen kann man nicht imperieren oder heilen wo hatte ich noch mal dieses ich glaube hier oder so wo war das mit mit den kristallen irgendwo waren kristalle hier nein nein hier hier irgendwo muss ich ganz ganz viele kristalle befinden die letzte dinge explodieren hier hier der drache liegt der drache liegt wo die welcher dache wir brauchen eine player warpage dann kann ich mal auch zu dir nicht mal auch zu dir das war meins was hat er dir weggenommen er hat den drachen gehäutet oh huch ah ne das kann ich mir jetzt auch nicht holen man ich brauche ich muss echt ein bisschen mehr energie äh magie fortschritte machen das kann ich mir machen ich kann Rüstung draus machen ein feuer und rotten flesh mit hast du rotten flesh zufällig zufällig nicht ach man ich kann mir gar nichts holen hi bello was machst du bello äh da danke danke für emeralds was hast du für nen hut auf du siehst aus wie ein gangster bleib mal stehen bello bleib mal stehen er ist ein gangster boah der gut ist nice der steht dir aber sonst habe ich das gefühl ich kann golemansi anfangen glaube ich oder oder was brauche ich dafür essentia smelting ah ne das habe ich noch nicht äh damit kann man irgendwie so golems machen oder so die feinen aber oh mein gott die feinen arbeiten bello äh reichmine das hier hey gerade neue Rüstung break ne das habe ich nicht ich kann mir das hier machen why not wenn schon denn schon ich kann mir das hier holen äh ich kann mir das hier holen ich mache gerade richtig fortschritte ich habe auch fortschritte gemacht schau mal warum hast du mir what das sieht ja übel nice aus alter ist auch richtig stark ich habe eine volle Rüstungsleiste und noch drei dazu jo ok das sieht echt krass aus warte na ich habe jetzt eine volle Rüstungsleiste alter das sieht und noch so drei orangen das sieht übel hübsch aus alter ist doch richtig nice aber drew drew äh auf wie viel herzen bist du gerade zehn ok jetzt eins also zehn wieder ich habe regeneriert ich habe eins damage bekommen ok jetzt ne meine arme Rüstung nein 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 ich möchte ich möchte ausprobieren wie äh sag mir noch fünf herzen bist ok dann lasse ich jetzt noch schnell regnen rin nevermind dann nicht bist du jetzt auf fünf herzen nein immer noch nicht immer noch nicht immer noch nicht jetzt ok ok chill 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 bleib hier bleib hier nicht essen bis jetzt auf fünf herzen nicht essen sechs war immer ein halbes herz dazu regenerierst du ja durch mich ok warte hau mich mal aber nicht mit dem äh starken Schwert was hat gerade da rausgenommen hau mich mal mit der Hand einfach critten bello hör auf bitte in meinem Haus zu bauen einfach mit der Hand critten ok ich hau dich mit meinem Fleisch bello wieso geht das nicht wait ich hab ne idee ich hab ne gute idee ich hab ne sehr gute idee denn bello hör auf mich zu hauen ich hab keine Rüstung an denn ich hab ne wirklich gute idee letztes mal war es so warte warte dann muss ich direkt mal äh so dann muss ich das Heel Ding rausnehmen ok ich hab ne gute idee denn ich hab mal hier bei dem Ding hab ich das mal das besteht ja aus äh genau aus Touch besteht das und aus Heel und ich hatte mal nur Feuer drin ohne dieses Touch Zeug da hab ich mich selber angezündet kann ich mich selber Heelen einfach nur Heel zack na ich mach mal ok einfach nur ein Victus zack und jetzt na das geht nicht ah doch jetzt Heel Bello nichts machen Heel dann 3 jetzt jetzt geht's ok 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 bitte bitte funktionier ja Heel dann äh so ich kann mich selbst Heelen lol wie geil ist das denn ok hau mich mal hau mich mal Drew einmal mit dem Schwert ok aber nicht critten ok 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 hau weiter hau weiter aber ich sag stopp nein 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 stopp nur Bello ja komm lol ich nehm ok ja jetzt sehr sehr so langsam aber ich kann mich damit übel krassieren ich hab ein Ziel vor Augen was ist dein Ziel ich will so einen Advanced Enchanting Table grafen das hab ich auch für dieses Reparatur Ding da hast du eine Ender Perle nein ja ich weiß ich weiß wie er das Ender Auber ich hab auch keine Blaze Rod ich schon ok das ist schon ein guter Fortschritt so was ist übel nice mit dem Heeling ok Drew dann komm mal zur Greenscreen Wand warte ich will was gucken ok das ist ja richtiger Fortschritt und dann mach ich mir offscreen noch ein bisschen was weiter mach halt die nervigen Sachen und so die jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme passieren sollten oh nice nicht cheats nein nicht cheats ok komm her wieso hat Bello mein Haus zerstört oh ich hab jetzt Pixi das Pixi das ist übel ok lol dein Haus zerstört wie oh er hat Sachen abgebaut ok jetzt komm her Bello hör auf du's manchmal wichtig echt manchmal rum jetzt komm her Bello ist nerven manchmal schon ja deine Meinung zu meiner Rüstung warte ich will dir meinen neuen Hut zeigen ich hab zwei entbekommen einmal den da oh das ist ist das ne Lava Lampe ne ja ne das ist ein Hut und den da oh nice ich hab ein Wither Ding bekommen dann hab ich noch ich hab noch das Ding bekommen was soll man das ist ey das passt zur Rüstung cool ja behalte ich das mal an ok aber ich würde sagen das war's dann für die heutige Folge und wenn sie euch gefallen hat dann ist unbedingt ein Like da und lasst auch gerne ein Abo da um nichts weiteres zu verpassen und aktiviert euch auf jeden Fall gerne die Glocke um ganz sicher nichts mehr zu verpassen also habt noch einen wunderschönen Tag bis zum nächsten Mal und und bye und bye bye